Hallo, hier ist Tiger Mädchen. Heute zeige ich euch, wie man so ein U-Boot baut. So sieht er aus. So sieht er aus. Und jetzt geht's los. Diese alle Teile braucht ihr. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Viele Daumen nach oben. Viele Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.